hallo und herzlich willkommen ich bin pascal ich nehme euch mit auf meine reise nach belgien hier zeige ich euch erst einmal mein setup für eine drei tagestour mit zwei übernachtungen mit komplett zubehör was ich so alles mitnehmen auf der fahrt ist es praktisch immer etwas in zugriff zu haben smartphone energy gels oder irgendwelche snacks die man unterwegs zu sich nimmt dafür habe ich diese oberrohr tasche von api dura boot on fest am oberrohr verschraubt schnell zugriff mit magnet verschluss auch ziemlich dicht also ich habe da schon dampfstrahler drauf gehalten das ding ist richtig dicht schneller zugriff schnell mit einer hand wieder zu schließen alles dicht alles super meine lesin luftpumpe ja ist ein bisschen groß aber die 29 reifen brauchen halt schon mal richtig druck wenn da mal etwas luft benötigt wird bis jetzt habe ich das problem noch nicht gehabt weil ich fahr tubeless aber dennoch haben es besser als brauchen so weiter hier unten seht ihr meine api dura expedition pack 4,5 liter da passt alles rein was ich so unterwegs zum anziehen brauche jacken hemden zeltstangen hier habe ich noch zeltzubehör mit drin alles das was so im schnellen zugriff sein sollte habe ich hier in dieser api dura frame pack und natürlich auch auf der anderen seite habe ich an der tasche da habe ich meine papiere drin und da ich meine power bank drin für meine elektronischen geräte und im rahmen wie bekannt zwei fitlock flaschen für den schnell zugriff mit magnet verschlüssen sehr praktisch und unterhalb des unterrohrs noch meine werkzeugflasche hier habe ich für die panne auch genügend werkzeug drinnen und immer schnellen zugriff hier hinten alt bewährt meine topik back loader tasche die habe ich jetzt schon einige jahre hat mich nie enttäuscht ziemlich dicht ziemlich fest sehr robust hier drin habe ich meinen schlafsack und wie man sieht damit die tasche nicht wackelt habe ich ja auch den woho stabilizer am sattel installiert und auf beiden seiten noch flaschenhalter für meine fitlock flaschen installiert so habe ich immer unterwegs genug zu trinken vorne an der gabel zwei api dura bags die habe ich an meinen telfen cages befestigt mit dem my fix plus gummibändern richtig fest hier rechts habe ich mein zelt und auf der linken seite habe ich meine iso matte meine handtücher meine wechselklamotten die ich also brauche die passen alle hier in diese kleine tasche hinein vorne am auflieger habe ich nicht nur mein waru installiert sondern auch meine frontrolle von life is right installiert dort ist auch noch eine regenjacke drin ein bisschen was zu essen und klein solch was man sonst nicht mehr unterbringen kann was man so benötigt und ein schloss um es anzuschließen unterwegs irgendwo mal einkaufen gehen muss das ist mein setup für den smagglas pass drei tage zwei übernachtungen alles mit dabei